Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Prüfstein des Aspiranten anzunehmen bei Clea, in der Bastion, an dieser Stelle. Forquests waren, was uns nicht mehr loslässt und Seelenband in Not. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Forquests oder Folgequests, schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch ein Video verlinkt, wo ich den kompletten Hauptquesterfolg von der Bastion aufgenommen habe, also der Pfad zum Aufstieg. Außerdem ist im erwähnten Video in der Videobeschreibung die Zeitpunkte verlinkt, also zu welchem Zeitpunkt ich welche Quest angenommen habe. So könnt ihr schnell springen zu gesuchten Quest. Oder ihr könnt Queststränge nachverfolgen, wenn ihr irgendwo hängen geblieben seid. Wie ihr gesehen habt, musste ich jetzt diesen Greif benutzen. Allerdings war das glaube ich optional, also man kann auch zum Zielpunkt einfach reiten, aber mit diesem Greifen geht es wesentlich schneller. Ihr dürft mich auch auf meiner Facebook-Seite besuchen, Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Banner. Da poste ich das Software, was quasi aktuell ist bei mir. So, das war es auch schon. Quest ist abzugeben, bei Schmidin Sofone, in der Bastion, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Desweitens findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn wir uns auch da sehen. Eizocke, Ende.